40 xp und wo ist mein platz in den im in in im Musik Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ehh! Falscher Knopf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erst lenken, dann Gas geben Ich warte auf euch, oder? Ja Ich warte auf euch, oder? 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 Ein LKW ist unterfordert Ich warte auf euch, oder? Wie viel, oder? Ich warte auf euch, 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 oder? Emnetten Münchner. Jetzt hat er wieder 300. Ja. 380. Konstant. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich hier um ein und auslocken soll. Getrunken haben wir davon auch noch. Ein bisschen Müdigkeit. Du wolltest unbedingt noch eine Runde fahren. Ja, natürlich schuld. Natürlich. Ja, ja. Ich kann dir das sogar vorspielen. Das kennst du nicht. Ja, ich such's dir raus von Fade. Was ist das? Noch eine Runde, ein, zwei Runden. Davor einen Geisteskranken, hast du den gesehen? Ja. Hat mich vollgeschnitten, ey. Okay, Fade? Einen Videobeweis hast du. Von dem Geisteskranken? Nö. Nee. Nee, dass er unbedingt noch fahren würde. Klar, ich hätte doch voll streamen. Ich wollte mir bloß seinen LKW mal von allen Seiten anschauen. Ach so. Und wie sieht er aus? Hm. Ziemlich orange. Orange? Ja. Wahrscheinlich hast du ein DC drauf, was ich nicht habe. Äh. Ich gucke mal. Bleib mal schön auf deiner Seite. Nimm mal. Nee, er hat einen... Ist nicht orange. Ist, äh... So Glitzer. Glitzer, lila... Nein, türkis. Vorne war gerade lila. Der ist zum Mischlack, weißt du? So wie die Sonnenfeld. Ja, genau. Grün, lila... Ist das halt auch, Fade. Siehst du meins, Fade? Schwarz mit einem grünen Totenkopf drauf. Jep. Aber wahrscheinlich, wenn ich das Halloween drauf machen würde, würdest du es nicht sehen. Wahrscheinlich. Schau mal, was der da zusammenfällt. Siehst du? Ja, sehe ich. Na Fadi, wollen wir reinmachen? Ja, gib mal Gas. Nee. Aber wir müssen ja wissen, wo... Okay, dann bleiben wir mal stehen. Warte, ich stehe ein bisschen schief. Scheißt.